Verblüffende Geschenke, hübsche Papiermuster. Das sieht aber auch immer so aus, als wenn da, keine Ahnung, als wenn da rechts auch nochmal was wäre, oder? Also wir haben jetzt quasi vier Wochentage und wenn das fünfte auch noch, also wenn da noch irgendwas rechts daneben wäre. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Aber ich vermute mal, dass wir das freigeschalten, wenn wir wahrscheinlich alles auf Gold oder so hätten oder sowas. Ja, genau, ganz bestimmt. Schmuckpapier, oh Gott, jetzt bist du dran. Es ist deine Runde jetzt. Yo, Anleitung. Seht nach welchem Papiermuster das Paket braucht. Okay. Wickelt alle Paket... Oh, nö. Come on. Ich hab den Sprechruder mit Soja ein Paket auspackt. Wie, die sollst du nicht auspacken? Ja, wenn es falsch ist wahrscheinlich, oder? Ach so, wenn es falsch ist. Aber wir machen ja nichts falsch. Niemals. Ähm. Okay, also das hier muss... Oh, verflixt, warte mal. Das muss da rüber. So, das soll aber... Nein, es ist das... Warte mal, stellst du dich mal bitte da... So, jetzt hab ich's doppelt verpackt. Stell dich mal bitte dahin, wo ich bin. Ja. Wieso geht das jetzt nicht? Ähm, ich hab total vergessen, wo man Paket hin muss, glaub ich. Das ist natürlich nicht clever. Das muss mit Sicherheit nach Süden. Wir haben keinen Süden mehr sonst. Warte mal, das kann ich aber gar nicht ja... Moment. Wir kriegen das da rüber jetzt da, weil da ist ja wieder das blöde Komische. Nein! Das ist verpackt. Warte mal, wo muss das denn nach Süden? Ich setze mal Süden, ja. Also das da, da muss auf jeden Fall weg. Dann... Äh, Moment. Oh, Moment. Perflex, war das jetzt 1 oder 2? Ja, das war... Die kriegen alle dieses Papier und fertig, ey. Was soll denn das für eine Scheiße, ey? 1 war richtig. Das hier ist richtig mit der Dings hier. Ach, komm schon. Hey. Nein! Nein! Super. Oh Gott, was für eine Scheiße. Wir haben Verpackungsprobleme. Warte mal, ich packe das nochmal aus. Hallo? Piepen? Wie piep ich denn? Ah. Piepen? 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 Pfff... Das war das Falsche. Super. Das muss da unten hin. Also das muss jetzt in 2. 2, ja. Äh, stell dich mal links, link, ne, links, 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 da, ja. Piepen? Es erschreckt mich doch nicht. So, jetzt nochmal ein, äh, 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 jetzt schieb's... Nein! Nein! Warte mal, dass wir das mal wegschieben, oder? Ah, ja. So. So. So, warte. Du mal da stehen. Ja. So, das müssen die 2, oder? Genau. Ui. So, was war denn das da unten? Ähm, verflixte, ich hab keine Ahnung. Hahaha. Du verpackst einfach mal Kino, du hast keine Ahnung. Ja, guck, das war richtig. So, das hab ich keine Ahnung. Da, lass das mal irgendwo hinschieben, wo wir's wieder entpacken können. Ja, da... Das ist doch dann die... Das muss die... Das muss Süden sein. Aber das Süden muss doch dann rot eigentlich... Das muss rot sein. Stell dich mal bitte da hin jetzt. Ja, da. Okay. Was? Wie oft hast du das verpackt? Hahaha. Hahaha. Wie viele Schichten hat er dieses Paket? Hahaha. 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 Oh, Mann. Hahaha. Also, 30 Schichten erstmal auspacken hat schon 80 Runden gedreht in allen möglichen Papierdingern. Hahaha. 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 Ja, 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 ja. Irgendwann zwangsläufig. Muss man es nochmal auspacken, weil du vergessen hast, wo es muss. Hahaha. Wir müssen wieder 20 Schichten auspacken. Oh, Gott. So, okay, komm, jetzt drückt mal hier. Wir haben Pakete, die Kinder waren auch für Geschenke. Hahaha. Oh, Gott. Warte, warte, warte. Ich habe totale Pipi im Auge. Ah. Hahaha. Vor allen Dingen, das ist nur eine Arbeit, die wir zu tun haben. Von den Briefen, die da links noch vor sich hin drehen. Hahaha. Hahaha. Oh, Mann, ey. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. So. Warte mal. Warte mal. Ich habe da nichts gemacht. Hallo? Das stimmt aber, das ist Norden. Das ist richtig hier. Das ist sogar perfekt hier. Aber wie kriege ich, warte mal, wie ist denn das? Wo muss das hin? Nach Norden. Das muss nach Norden hier. Ja. Ja, dann, äh, äh, stell, dann, dann schieb's jetzt mal, stell du dich entweder dahin, wo ich bin. Da, okay. 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 So, das muss da rüber. So. Guck, geh rüber. Zwei. Habe ich mir jetzt gemerkt. Das ist gut. Gut. Dann da rüber, ne? Okay. Ja. So, was war denn das jetzt? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das muss dann eins sein. Warte mal. Dann pack's halt nochmal aus. Lässt du nicht? Achso, die, ach komm, die Linie ist geändert. Oder wat? Auspacken, bitte. Das war schon richtig verpackt. Achso, ja, das war echt schon richtig, verdammt nochmal. Also eins ist es. Gut. Ja, dann müssen wir's eigentlich da oben durchschieben. Ja, passt. Okay, so. Oh Gott. Hör mal erstmal. Huh. Wo ist die grün da? Bist du da? Ausgehende Postbrauma, noch Elba irgendwas? Elba Juppo. Ja, Elba Juppo. Hab ich? Ja, das ist schön. Fenton irgendwas? Ja, muss auf der anderen Seite sein. Fenton. Ah, da ist er doch schon. Easy. Ah, jetzt kommen die nächsten. Okay, das ist rot. Oh Mann, äh, also gut. Blau, Norden. Nein, nicht darüber. Warte mal, das ist das Rode. Das schieben wir mal da runter. Ähm. Kannst du es mal... Achso, ne, kann... Doch. Ach, das geht gar nicht. Okay. Kannst du es mal in Norden schieben jetzt? Meinst du so? Ja. Achso, Norden. Okay. Ist da... Warte mal, wie war denn das? Wie muss ich mich da so stellen? So, warte mal. Eins runter. Eins runter. Wir brauchen rote Verpackung. Und dann öffnen wir rüber hier. In Ordnung. Auch bitte. Das ist jetzt easy. So. Dann... Dann... Zwei braucht blau. Dann müssen wir mal eins runter. Der kann alleine fahren. Das schiebe ich gleich mal dahin und mach das fertig. Kannst du das andere dann mal... Ja. Dann noch hochholen. Zwei. Juhu. Briefe. Briefe. Grün. Grün. Grün ist links. Wo ist denn blau? Wahrscheinlich hier, ne? Ja. Ja. Brauchen wir noch. So, den... Den Jimbo. Äh, ich seh den Namen links gar nicht, was wir da brauchen. Äh, Sitz, Sordo brauchen wir da noch. Ist links, ist links. Oh ja. Hä? Dann muss der das auch sein. Warte, ich dreh mal. Haha, ich dreh dich halt mit. Ne, ich pack den jetzt einfach da rein. Das muss der sein. So. Easy. Achso, eins kommt noch. Okay. Also eins ist blau. Süden ist... Ja, okay. Süden kann eigentlich schon mal da rein. Ähm, verflixt, wir kriegen das wieder da rüber. Äh, ich glaub das, was du da... War das schon richtig, was du da... Kannst du dich mal da herstellen, wo ich bin? Ja. Oder wie... Oder schiebst du mal weg? Da, genau. Eines runter. Es muss ins Süden hier. Äh, achso, warte. Nein! Ah! Du musst... Du musst dem Paket jetzt folgen quasi. Nein! Da oben. Du machst mich wahnsinnig. Du machst mich wahnsinnig. Wir packen das Ding jetzt schon tausendmal. Okay, schiebst du einfach mal den Weg lang. Und ich kürze. Ich weiß nicht, woran. Warum? Darunter? Nee, geh doch nicht nach links. So, jetzt. Lass den einfach mal fahren. So, jetzt. Und jetzt ziehst du weiter nach rechts. Wo musst du es hin? Süden. So. Eins blau, das muss nach oben. Genau. Und zwei muss auch nach oben. Das ist auch noch rot. Okay. Das ist ja... Ja, ja, ich brauch dich aber da für den Paket, ne? Für das Paket hier. Zieh es einfach mal rüber, bitte. Ich folge. Ich mach den Rest. Zieh es einfach nach links. Einfach komplett straight nach links. Komm, weiter. Oh, okay. Will not. Will not. Wieso nicht? Oh, ich schiebe es mal. Jetzt. Nein! Nein! Stopp! Aus! Scheiße! Wir sind im Nimbus gefahren. Nein! Das wird permanent verpackt. Stopp! Aus! So, okay. Pass auf. Ich check das nicht. Du musst dich hier hinstellen. Wo ich stehe. Ja. Auspacken erstmal. Wieso pack da nochmal drüber? Die erste Schicht entfernen. So, okay. Und du läufst jetzt einfach nur hier lang. Ja. Hier so lang. Okay? Ja, 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 ja. Und nächste. Und nächste. Und nächste. Dieses Scheiß-Paket! Ich hab gemacht, wie du gesagt hast. Komm doch zurück aus der Hölle. Ja, hast du ja auch. Versuche. Oh Gott. Du musst eins hoch. Eins hoch. Ah, Mann. Nochmal auspacken, bitte. Also. Okay. Okay. So. Jetzt. Nein! 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 Ja klar, weil ich ja nicht weg bin. Weil ich ja nicht da bin. Komm, dann schiebst du ja rüber auf. Komm, auspacken. Oh wow. Die wird sich auch denken. Das sind die zwei traurigsten. Ein Packer der Welt, ey. Kann es sein, dass wir das irgendwie anders rüber schieben müssen? Ja, wie denn? Keine Ahnung. Die Pakete irgendwie verknüpfen oder so? Also. Das hier muss ja rüber. Nach rechts hier auch. Schiebst du mal bitte? Ich würde gern was probieren. Ja. Okay. Pfff. Oh Gott, das war zu schnell. Ja. Okay. Oh Mann. Ich, 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 ich schrei mal etwas schneller. Oh nein. Hopps. Hä? Hä? Jetzt. Paketstreik. Machen wir keinen Stress hier. Wieso gehen das automatisch da rüber? Das tue ich doch gar nicht. Nein. Äh, okay. Ich habe eine andere Idee. Warte mal. Lauf du nochmal da unten lang. Dann müssen wir da anders davor gehen. Lick. Lickste. Geht nicht. Warum nicht? Hä? Hä? Okay. Ne, die Logik-Karte. Das probiere ich gerade nicht dahinter. Schaffen wir zeitlich jetzt eh nicht. Ganzen Käse nochmal machen. Schiebst ihn mal rüber. Schiebst ihn mal rüber. Ich habe jetzt aber auch keine Idee gerade. Also ich bin da gerade aber auch wirklich keine Hilfe bei dem Ding hier. Ich habe noch eine Idee. Ja. So bringen wir das rüber. Das ist richtig. Und das hier? So, jetzt packen wir das wieder aus. Nein! Wo muss das überhaupt hin? Äh, zwei. Ja. Ja, das passt ja. Bleib da oben wieder stehen. Ja, ja. Einmal auspacken und dann rüber. Okay. Ja, siehste, dann war die zweite Geschichte doch ganz gut. Na komm. Jetzt aber. Uhuhuhu. Ob das noch was wird. Wo ist denn orange? Grün ist links. Hä? Wo ist denn orange? Du musst wahrscheinlich einmal drehen. Ach, man könnte es auch noch drehen, den ganzen Kack. So, ein Ausgehen. Das ist ja nur einer. Das ist nur der hier. Kann nur der sein. Bing. Äh, achso. Ah, ich komm da nicht hoch. Jump and run. Bing. Easy. Easy. Kein bisschen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann. Egal. Wir sind pünktlich gekommen alle. Also, wir sind schon mal keine Weihnachtswichtel durch. Oh, meine Güte. So, ist Weihnachten jetzt endlich rum. Können wir jetzt die Korken knallen lassen vielleicht? Alter, warum ist es so laut? Das frag ich mich auch grad. Alter. Alarm! Ja, jetzt ist jeder wach. Ah, ich hör das jetzt laut. Na, wie jetzt hier. Wir haben hier ohne Ende Kohle eingeschäffelt mit Marken und kein Sonderpaket gekriegt. Oh, ich hab wieder 84. Warte mal, ich kann mich mal hier umlegen. Haben wir jetzt einen Collectible gekriegt? Ne. Ne. Du hast vorhin die ganze Markete nicht alle eingesammelt. Wenn ich Buchstaben gesucht hab. Ja. Also, ich hab nur 57. Was magst du denn da, dass du so viele hast? Also, wenn hier, wenn hier lauter Schneesturm wurde angesagt, ne? Was ist das denn? Kann ich das anlegen? Ne. Kostet das? 30. Oh Mann. Das hätt ich gerne. Ich bin dann mal im Funkkontakt mit der Basis. Ich hätt mein Vögelchen gerne in so einen Heubalen eingekleidet, aber das geht leider nicht. Wieso? Ach Mann. Kann man denn hier noch machen? Das ist doch schön hier. So. Hä? Wieso hat das denn reingelegt? Ich bin bereit für den Schneesturm. Ach so, dann kann ich ja gar keinen Schwimmreifen mehr haben. Ach nö. Ja, fünf Stufen höher der Sound. Das war ja jetzt ekelhaft gerade. Und normalerweise bei den Zwischensequenzen war das nie so laut. Warum die jetzt so laut gemacht haben? Keine Ahnung. So. Wenn du soweit bist, ne? Okay. Ja, Moment. Oh, ich hab da noch eine sexy neue Brille. Ähm, hallo? Zieh doch mal die Brille auf. Nochmal drücken. Jetzt so. So, jetzt bin ich die sexy Oma. Äh, ich seh schon. Äh, ich hab hier die, ähm, Natural Born Killers Gedächtnisbrille auf. Hehehe. Und bin der Operator. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber, äh... Du hast auf jeden Fall ein Päckchen zu tragen, so wie es aussieht. 68er Generation. Ich bin voll hip. Hehehe. Ich war voll hip. Na, ihr Lieben für alle. Ja. Früher war das mal so, ja. Was hat denn die Eva jetzt damit zu tun? Die Eva? Cute? Oh nein, nein. Warum denn diese Buchstaben scheiße? Die wollen wieder so unfassbar komisches Zeug. Anleitung. Nachrichten werden ständig von vier verschiedenen Orten eintreffen. Natürlich. Wenn ein Timer angezeigt wird, wartet eine Nachricht von diesem Standort. Na super, das ist ein Timer. Budslam, eine Schaltfläche, um diese Nachricht zu wechseln. Ihr haltet die Uhren im Auge, wenn einer Abluft ist oder zweit oben. Also gut, Lila. Obacht. Großes O. O seh ich. So, B ist hier unten. C. Habt ihr Buchstaben wechseln hier nicht, hm? Nein! Oh shit, oh mio. Dicker Hintern. Nein! Achso, T. T fehlt noch. T. T ist oben. Ja, von wegen die Buchstaben ändert sich nicht. Vor meiner Nase hier. Warte mal, wir lassen es mal stehen und wechseln jetzt mal auf das hier. Groß B. B ist bei dir. Ich mach mal groß. So. B ist sie. B ist sie. Ups, mach mal bitte löschen. Einmal. Y noch. Okay. Gut, dann schicken wir mal das Lila weg hier, wie gesagt. Nö, Lila ist arg langsam. Mach das Oranges weg. Ja, okay. C. Naja, das geht ja. Okay, groß. S ist gleich drüber. E. 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 Habe ich. Okay, lassen wir mal stehen. Wollen wir das Lila nicht grad weg machen? Liegende. F war grad da, ist jetzt weg, ist jetzt da. Die stressen. N. Ja, L ist oben. Ja, wie sehe ich hier auf dem Grat. E ist da. G ist auf dem linken. Ey, E ist da oben. Ja. N. Habe ich. D. D ist bei dir. Und E nochmal. So. Wollen wir so rauschen? Wollen wir so rauschen? C. Groß C. D. Ach komm, komm weg. Das Grün machen wir jetzt zunächst. Wind. Groß W. Äh. W ist. Da. Ja. Hast du? I. I ist rechts. Ja. N habe ich. D ist auch da. Okay, dann weg damit. In. I ist links. Achso. Nee, ist links. Okay, da ist. Dann kommen wir mal das gleich weg. Äh, jetzt haben wir. Warte mal, das Rode haben wir glaube ich noch nicht, ne? Sturm. Sturm. Groß S. Ja. T ist rechts oben. Dann mach du, dann habe ich das U. Nein, es ist weg. Äh, warte. Da. Äh, wo ist das U? Nein, U war gerade bei mir, jetzt ist es auch wieder weg. Ah, jetzt ist es da. Ah, das unten links sehe ich. Äh. Und M. Äh, M? M ist links, 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 links. Wir brauchen das lila, ne? Schick mal das, äh, weg. Warte mal, nein, warte mal. Das ist hier. Du musst nochmal M. Du hast U gemacht. Drei dahinter. Oh mein Gott. Wo kommt das denn jetzt her? Oh Gott. Äh, T, 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 T. R. R habe ich. U. U ist links, sehe ich. M. M habe ich. E und R. E ist rechts auf dem Rad und R ist oben. R ist oben, ja. Easy. Warte mal, komm mal stehen lassen. Oh Gott. Evaku... Ach du. Das kriegen wir nicht hin. Das kannst du vergessen. E, E, A. Das kannst du vergessen, die Zeit ist oben. Ja, wir kriegen pro Buchstaben immer auch ein bisschen was, ne? Ja, trotzdem. Boah, Leute. Ich kann dieses spielen. Ja, das kann ja ich nicht leiden. Das ist ja aber auch wirklich fies, weil du ja gar nichts mehr weißt, ob du da jetzt die Buchstaben schon reingetippelt hast oder nicht. Warte mal, rechts. Sollen wir das alles weg machen gleichzeitig? Nee, macht doch gar keinen Sinn, ne? Sturm. Sturm. Ja, macht mal keinen Stress hier. Es ist nur ein bisschen Wind. U habe ich. Ja, okay. R. R. Mitte, Mitte. Ach, da. M. M. Er ist rechts auf dem Rad. Ja, da. Ja. Gott. A trifft nicht. Rot. Ja, lass es erstmal stehen. Bessie. Also Bessie. B. Ja, habe ich. E ist bei dir. S ist bei dir. S ist bei dir. S ist bei dir. Y ist. X auf dem Rad. Wird auf dem Rad, ja. Okay, lassen wir mal stehen, die haben wir beide jetzt erstmal. Ja, dann machen wir das Rode weg. Ja, dann machen wir das Rode weg. Rode weg. Z. 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 I ist immer oben. Ja, passt. Ist immer noch da. E sehe ich auch. Wo ist das H? Da ist H. Und T. Äh. T ist Mitte. Ich erkläre es gleich. Okay. So. Grün können wir mal weg machen. S. S habe ich. E ist da drüben. S. Kein Stress. Kein Stress. Jetzt haben wir die anderen haben wir theoretisch fertig. Die können wir dann nachher weg schicken. V. Oben. Oben. Bei dir. Zwei hoch. Ach da. Genau. O ist rechts oben. Und das N habe ich bei mir. Genau. So. Jetzt können wir das Rode mal weg schicken vielleicht. Nach. Nach. N war hier. N. C ist auch hier. Okay. Gut. Das Grün ist fertig. Schick mir das weg. Oh Gott. Evakuiert. Evakuiert. E ist links. E habe ich hier. Ja okay. V. V ist hier. A ist auch hier. A ist auf dem Rad. U ist bei dir. Du bist drauf. I ist hier. Genauso E. Ne. E ist weg. E ist weg bei dir. R und T ist rechts bei dir oben. Warte mal. Ich schicke erstmal das hier weg. Rot schicke ich auch gerade mal weg. Okay. Und jetzt haben wir Lila. Das können wir auch noch. Sofort. Ne Lila erstmal. Ne mach mal Lila. Muss man schreiben. Ne mach mal Lila. Groß S. Halt. Und S ist bei mir oben dann. O. F habe ich. Äh. O habe ich meine ich. Äh. F ist hier. Nochmal O. R sehe ich schon. Und T. T. T ist hier unten. Okay. Oh Gott. Jetzt sind die alle gleich. Warte mal. Rot. Machen wir erstmal. Osten. Oben rechts ist O. S. Oh Gott. T ist bei mir. E ist. E ist rechts am Rad. Okay. Und N brauchen wir noch. N ist doch hier wieder auf die Tasse. Du hier. So. Jetzt schicken wir erstmal Lila los oder? Ach ne brauchen wir noch Buchstaben. W. W ist. Ne. W habe ich hier. Genau. Und O. O habe ich auch hier. Das schicken wir jetzt mal weg hier gleich. Rün. Evakuiert haben wir. Können wir auch wegschicken. Ja dann wollen wir uns zweit. Ja. Hops. Orange. Orange noch. Fenster. Fuck. F habe ich. Ja. E ist bei dir links. E habe ich. N ist hier. S. T. Ist hier. Und das E habe ich auch gleich wieder. Nein. E hatte ich. E ist rechts am Rad. Ja. R. Ist bei dir unten. Und N ist. Fuck. Fuck. Welcher. Was war denn jetzt weg? Es sind zwei. Äh. Äh. Keine Ahnung. Ich denke das Fenster. Ne. Das mit dem. Äh. Was müssen wir machen. Puh. Also. Äh. Ist eigentlich ganz simpel. Mal. Man sieht. ein bisschen Zeit lassen. Um vielleicht ein kürzeres schnell in Rot runter zu tippen. Und wir müssen es so schnell schaffen wie möglich damit keine Zeit abläuft. Diese Zeit die dann da langsam so kleiner wird. Es ist ähm. Und natürlich verändern sich die Buchstaben. Das ist äh. nicht so einfach. Ich hoffe ich habe es irgendwie erklärt. Es ist irgendwie total scheiße. Um es mal so zu sagen. Also. Ich versuche es jetzt mal äh. Noch zu kommentieren. So. Äh. Also. Jetzt kommt gleich eine Nachricht von Lila. Die gucken wir uns an. Genau. Jetzt müssen wir das Mod Wind bilden. Genau. W ist hier. Ja. I ist rechts oben. I hab ich. Sehe ich. N hab ich. Und D auch. Ja. Okay. Lassen wir es erstmal stehen. Ach shit. Ich hab mich verplatscht. So. Jetzt haben wir Wind noch haben wir Zeit. Jetzt können wir erstmal Sturm bilden. S. Ist äh. Genau da. T. Ist jetzt äh. Das ähm. O ist rechts oben. Äh. Äh. R. R ist von hier. Und das M ist. Links. Links. So. Jetzt könnten wir das Lila noch weg machen. Genau. In. In. I ist rechts oben. I ist rechts oben hier. Genau. Und N ist hier auf der Tastatur. Okay. Gut. Ja komm. Dann schicken wir erstmal den Sturm da weg. Z. Wir wissen halt nie was für Wörter da noch kommen. Z. Rechts oben. I ist auch oben. E ist auf dem Rad. H. Und T ist auch oben. T. Genau. Gut. Lassen wir mal stehen. Nicht mehr machen wir das in hier weg. Oh kann. Ja klar. Großes O. Äh. Mitte. Mitte. Ja. R ist hier. R ist bei dir. K. Mann jetzt kommen die nächsten Nachrichten. Oh. K. A ist bei dir. R. N. S habe ich auch hier. T. S bei dir unten links. A ist hier wieder. R habe ich auch. K. Und E wieder. E. So. E suche ich jetzt. E ist rechts auf dem Rad. F. Aber was für eine Farbe haben wir denn jetzt gerade gemacht. Wir haben glaube ich grün. Zieht. Okay das machen wir erstmal weg hier. Ja. Ja. Nach. N ist da. C. H brauchen wir noch. Grün schicken wir mal weg oder? Ah ne. Oh da brauchen wir noch. Achtung. Achso. Ähm. A. C. C. H. Warte mal. Halt. 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 Letzte Nummer. T. U. Rechts. Links. L habe ich. Und G habe ich auch. Okay. Warte mal. Lass mal das kurz stehen. Wir machen das. Das ist mal weg hier. Osten. O habe ich. S ist bei dir wieder irgendwo. Oh. S ist hier. T. B habe ich. E. E ist links auf dem Rad. Und N. Brauchen wir wieder. Wo ist denn N? Ach fuck. Wo ist denn jetzt das scheiße? Ach da. Hab's. Warte. Warte. Wir machen das mal. Nein. Rot. Oh Gott. Wir haben rot total. F. Links. E ist bei dir. E. E. Und T. Und T ist oben bei mir. Okay. Schick mal gleich mal weg. Warte mal. Ich guck grad mal bei grün. Was war in grün? Achtung. Kann auch weg. Orange. Das kann auch weg. Mach mal dich zu zweit. Ach so. Ja. Hops. Okay. Okay. Dann machen wir erstmal orange. Hier haben wir. Ah ne. Orange haben wir auch schon. Was brauchen wir noch? Es. Okay. Dann machen wir erstmal es. Das muss ich mal schnell. E. 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 E ist rechts oben. E. 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 Einen. Einen haben wir. Warum? Ne. Hatten wir nicht. Wir hatten doch ihn schon fertig. Dachte ich aber hatten wir irgendwie nicht. gut. Wir sollten auch gleich die. Wenn wir uns zu zweit hinsetzen sollen. Das sollten wir gleich weg machen dann auch. Weil dann ist der fertig. Ja. Und stört dann nichts mehr. Ah. Groß S. Das hab ich hier. S. Ich mach die oben rein immer. Okay. Gut. F. O nochmal bitte. R hab ich. S ist in der Mitte. Und T ist auch in der Mitte. T auch. Okay. So. Was haben wir da? Sturm. S unten hier bei mir. Achso. T hab ich. Dann U ist auch. Äh. Mach nochmal löschen. Es ist grad weg gegangen. T. U hab ich. Hatte ich. Hab ich. R ist unten links. Und M ist. Ah. Rechts da. Okay. Dann machen wir erstmal das Rote hier weg schnell. So. Wo. So. Wie. Wie hab ich. U hab ich. Deine Medaille. Genau. Okay. Machen wir das Grün erstmal weg gerade. Haben wir schon fertig. Zieht. Wo ist das Z. Ist bei dir oben links. Z ist bei mir. Ja. I. Ist aufm Rad. E auch. So. H ist da unten da. Genau. E ist wieder oben rechts. Warte mal das Rote schick ich kurz weg. Unterstellen. Unterstellen. U hab ich. N hab ich. T hab ich. E ist links. Aufm Rad. R hab ich. S. T. E. Da. L hab ich. S. Ja. E. Und N. Hab ich auch. Okay. Okay. Dann machen wir erstmal das Grüne. Zieht. Schicken wir das mal kurz weg. Nach. N ist da. H. C. H. Da noch. So. Warte mal. So. Sollen wir mal kurz kurz durchschauen. Was haben wir denn. Was haben wir denn. Bessi. Haben wir denn nicht. Das können wir fertig machen. Lass uns das gleich fertig machen. Ne. Ist das hier. Okay. Hops. Dann läuft uns da die Zeit schon mal weg. So. Das müssen wir mal. Das haben wir hier. Groß S. Bei mir. Rechts. T. Habe ich da. R ist daneben. Genau. Das A ist hier unten dann. Scharfes S. Hast du. Okay. E ist oben. Und dann nochmal das N. Okay. Jetzt schicken wir erstmal das Grüne weg. Weg damit. Haben wir noch. Ähm. Na. Ähm. Warte mal. Schau mal. Bessi haben wir noch nicht. Warte mal. Wir müssen einfach Bessi machen hier. B. Ja. E ist bei dir links. Y habe ich. Dann schicken wir das gleich weg. C ist groß. Äh. Äh. Also S. Genau. E ist bei dir. Rad. Ja. Okay. Das ist orange. Sind. Das ist orange. Rechts ist bei dir. I ist auf dem Rad. Rechts. Ja. Sind wir noch. N ist. N ist. Hier. Und da sind. Und. Ich gehe gleich mal weg. Was war das Grüne? Osten. Osten. O ist bei mir. Links. 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 Links unten. Links unten. Links unten. Ach klar. S ist hier. T ist oben rechts. E ist auf dann. Zwei weiter links. Ne. Ne. Nicht mehr. E sitzt auf dem Drehrad. Okay. Und. 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 Und hops. Okay. So. Für Eis brauchen wir noch. Haben wir das andere auch schon? Oh. Evakuieren ist länger. Lass uns das länger machen. Ja. Äh. Rechts auf dem Rad. E. V. Hab ich. A hab ich auch. A. K. K ist auf dem Rad. Oh ja. Das passt. K. U. I. E ist hier. T wäre hier oben. Und R brauchen wir noch. R ist. Unten. So. Komm her. Abschicken. Habs. Ja. Okay. Bleibt mir egal. Lass uns im Orange gucken. Vereist. Vereist. V ist. Wo ist das? Scheiß V jetzt. Ja. Ich hab's. E ist hier. R. S bei mir. Okay. E ist wieder noch hier. I hab ich. S ist hier. Und T. T hab ich. Okay. Dann müssen wir jetzt beides wegschicken. Hops. 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 Ja. Ich mach mal Hops. Ja. Hops. Okay. Jetzt noch das. Hops. Oh Gott ey. Ja Gott. Fertig. Meine Güte. Hui. Juhu. Nicht lustig. Ja wenigstens noch Silber. Also da bin ich froh wenn wir das immer bekamen ey. Ganz ehrlich. Das ist ja furchtbares Zeug. Ding 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 ding. Checkboard. Ach audience disappointment. Ach n salke. Ab n salke. Ach n salke. Ab n salke.